zu laut aber ich hab die ein eigentlich wollte ich ja nach hinten springen aber vergesst es einfach was sie gerade gemacht hat gerade habe ich eigentlich getestet dass die Musik leise genug ist um mich noch zu verstehen Halt dich doch fest lauter oh komm ey die Spätreaktion ey unfassbar so und da liegen noch Fackeln oder ja es ist doch Fackeln ja hier auch ganz neu gemacht sie kann jetzt Türen unter Wasser einfach so mal aufmachen in die Mitte und dann macht sie den Rest alleine so oh ok hier sind gleich zwei Secrets versteckt eins ist ja schonmal hier ich dachte mal hier muss man hin aber naja so ich spreche ich hier lieber weil ich hier öfters abkratze aus Gründen die nur Laura versteht ja hier ich hab sogar gehört ok oh oh das waren wohl Gift Pfeile glaub ich also ich kenn mich hier mal null aus mit den Munition und so was das beste ist was das schlechteste ist was man gar nicht benutzen sollte oder für später aufwarnen sollte naja ich weiß es ja nicht ich spiele einfach so wie ich denke und dann passt es schon denke ich mal ok ja das braucht Luft so ok wo geht's jetzt hin weiß ich jetzt gerade nicht ich lauf jetzt einfach mal da scheint es weiter zu gehen oder komm ich daher ja 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 egal da 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 so was geht hier ups hier scheint es wohl sicher zu sein ah hier ist noch ein secret secretar ups ok hier ist doch nicht so sicher wie ich es zuerst dachte ok hier ist gleich noch ein secret secret hier glaube ich ja los runter ach ja ja also es ist noch nicht blind ich bin schon ziemlich weit gekommen nur ich hatte damals nie richtig bock dazu aber wenn man aufnimmt dann hat man gleich viel mehr bock dazu ich werde es jetzt endlich mal durchspielen einmal wenigstens ich glaube hier war nichts weiter drin äh äh das schicken wir natürlich das biester tot komm ah ein schuss ein schuss ein schuss vielleicht geht's von da besser upsala leider war jetzt ne meisterleistung von mir besser könnte es jetzt gar nicht laufen ein schuss okay muss ich überhaupt schon hin das ist hier denn ach so ja genau okay dann ist ja alles klar hier liegt aber noch ein medipack denn das weiß ich doch wow schon viel leben verloren unnötig eigentlich aber naja so ist halt weiter Leben verlieren bis zum geht nicht mehr so ja da sind wir schon mal drüben hier müssen wir das Ding hier einstücken öppah und jetzt ist das Ding aufgegangen oder öpp wow spring doch so das Ding öfter macht wohl da den Topf da runter oder hoch ne runter ja hat ne ganz wichtige Aufgabe später so ah ich hier kann ich den Trick wie man hier kein Leben verliert Sparjahn ja safe game hier hier und zack gesehen so verlebt man hier kein Leben weil man sie äh kurz extract damit sie sich zum festhalten so zu sagen vorbereitet und ja dann einfach nicht festhalten ihr wisst schon das findet ihr schon heraus ich hab's schon mehrmals erklärt hallo tu das Ding rein oder geht das hier nicht oder hier ja das muss man wohl hier einsetzen ja da geh aber noch mit rein oder zurück wie auch immer für die Nonna auch wundervolle Sachen oder an der anderen Seite oder an beiden keine Ahnung ich glaub nur an der anderen Seite naja nur an der anderen Seite scheiße so hier ist ein Sharker so das heißt wir können dann auch nicht so da hinten hinschwimmen diese zwei Töpfe werden hier einen sehr wichtigen Dingern erfüllen eine sehr wichtige Aufgabe da wird die Flüssigkeit freigegeben ins Wasser geschüttelt und dann kann man auf Wasser laufen ziemlich praktisch unlogisch aber ok so ist 2Brader fand ich unlogisch und dumm naja egal da so soll ich hier raus so schnell runter? naja das kann man wohl nur bei 2Brader 5 da konnte man so schnell rausspringen aus dem Loch so zu sagen so so dann fackeln doch da wunderbar ok bis jetzt nur ein Mini-Pack benutzt ein großes ja ok passt es ist ja sowieso ein Halb-Line-Tronen-Run deswegen werde ich da wohl nicht hinbekommen ohne Mini-Packs vor allem muss man hier richtig speichern wenn sie sich einmal verspeichert haben oder so ist es auch so da muss man alles von vorne machen wenn wir uns richtig verschissen haben ok yay ok nächster Level-Abschnitt hier oder nächster Level hoppa so wo bin ich denn jetzt genannt ok da geht noch Position na lala lala Das ist der DEB la 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 how naja naja dann halt nicht ist ja auch gut irgendwie kann man doch hier hoch da liegen noch ein paar sachen was weißt du da noch ich bin auch nicht blöd seh ich doch schade ok ok Okay. Darf ich die nochmal hin? Was zieht ihr denn? Genau. Okay. Guckst du noch was? Ja, bitte. Wo kommen die her? Naja. Da scheint wohl nichts weiter zu sein, was sie sehen. Okay. Okay, meine Ohren jürgen. Guckst du noch was drauf oder so? No. Okay, dann halt nicht. Ich gehe vielleicht noch was. Achso, ich glaube, die wäre schon eingebaut. Dann wäre der Eiskalt hier runtergeflogen. Dann müsste ich nochmal noch. Okay. Hier liegen noch ein paar Sachen. Ja. Äh. Sollte eigentlich speichern, aber auch okay. Dann halt so. Dann checke ich was. Boah, hat das viel Coolen-Solder, ey. Boah. Ich bin hier überhaupt schon mal gestorben? Ich weiß es gar nicht. Na klar bin ich gestorben, aber extra. Bin ich auch mal un-extra gestorben? Also zombie. Sollte einfach. Vielen Dank.